Hallo, ich bin Katrin Aust und Teamleiterin im Bereich Digitalisierung. Um den erfolgreichen Digitalisierungsprozess bei der Stadt Dortmund weiter zu optimieren, haben wir ab sofort eine Stelle im Bereich E-Learning sowie eine weitere Stelle als Lehrkraft für IT-Schulung zur Verstärkung unseres Teams zu besetzen. Als Lehrkraft für IT-Schulungen entwickeln wir IT-Schulungsinhalte und Trainings für unsere städtischen Kolleginnen und Kollegen. Teamfähigkeit und der Wille, sich stetig weiterzuentwickeln, ist dabei genauso wichtig wie eine technische Affinität. Auch die Projekte Gute Schule und der Medienentwicklungsplan gehören zu unseren Aufgaben. Dabei verfolgen wir das wichtige Ziel, die Lehrkräfte der Dortmunder Schulen an der städtisch bereitgestellten IT-Infrastruktur bestmöglich auszubilden. So leisten wir einen Beitrag, dass der Unterricht für Dortmunder Schülerinnen und Schüler effektiv mit der neuen Technik unterstützt und gestaltet werden kann. Im Bereich E-Learning arbeiten wir aktiv an der Einführung, Entwicklung und Aktualisierung einer gesamtstädtischen Lernplattform. Dafür erstellen wir Konzepte für digitale Schulungen. Bereits vorhandene Strukturen werden auf das Betriebssystem abgestimmt und regelmäßig auf den neuesten technischen Stand gebracht. Neben sehr guten Arbeitsbedingungen haben wir ein tolles und kollegiales Team. Wir sind sehr gut ausgestattet und können uns daher sowohl auf unsere Kolleginnen und Kollegen als auch auf die Technik verlassen. Vorkenntnisse im Bereich der Erwachsenenbildung sind für die Ausübung der Stellen vom großen Vorteil. Auch ein Quereinstieg als Dozentin ist wie in meinem persönlichen Fall möglich. Weitere Informationen zu den Stellenangeboten im Bereich Digitalisierung finden Sie auf dortmund.de slash karriere. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.